Moin Moin und herzlich willkommen in unserer Pufas Malerwerkstatt. Heute zum Thema Kalkfarben. Herkömmliche Kalkfarben kann ich ja nur auf mineralische Untergründe auftragen. Wir bei Pufas haben jetzt eine neue Kalkfarbe entwickelt, mit der ich auch auf Mischuntergründe gehen kann. Christian, was kann denn diese Farbe noch alles? Das ist genau das richtige Eingangswort Mischuntergründe. Wir kennen ja Kalkfarben als solches, aber die hat den Vorteil, es ist eine 2-3er Qualität, also auch wunderbar für Wohnräume geeignet. Heißt, ich kann dort die Atmungsaktivität, sprich Dampfdiffusionsfähigkeit mit fördern oder belassen auf mineralischen Untergründen. Von daher ein tolles Produkt. Spannungsarm auftrocknend und frei von Konservierungsmitteln. Christian, lass uns mal gucken, wie leicht sich die Farbe auf die Wand bringen lässt. Lass uns mal rangehen. Ja, gerne. Während Christian unsere Kalkfarbe an der Wand verarbeitet, noch ein paar Fakten. Die Pufas Kalkfarbe ist auf Basis von Weißkalkhydrat und hat eine sehr hohe Wasserdampfdiffusionsdurchlässigkeit. SD-Wert liegt bei 0,007. Die hohe Alkalität, pH-Wert liegt bei 12, macht die Oberfläche schimmelwidrig und wirkt antibakteriell. Die Kombination dieser Eigenschaften bewirkt einen extrem positiven Effekt auf das Wohnklima. Unsere Kalkfarbe hat eine optimale Haftung auf allen Wohnungsbauüblichen Wand- und Deckenflächen. Die Oberfläche ist waschbeständig und strapazierfähig und zur späteren Renovierung wieder überstreichbar. Für unsere Freunde des Erdesspritzens noch ein Tipp. Farbe mit 10% Wasser verdünnen, 5 19er bis 5 27er Düse bei 120 bis 170 Bar. Wir haben jetzt unseren Lehmstreichputz mit der neuen Kalkfarbe gestrichen. Ein sauberes Ergebnis. Christian, auch sauber vom Schutzverhalten die Farbe? Stefan, absolut. Wie du siehst, du siehst nichts. Perfekt. Abonniert unseren Newsletter. Und natürlich Instagram, Facebook, seid mit dabei. Neue Filme gibt es demnächst wieder von der Malerwerkstatt. Schaut einfach mal rein. Macht's gut. Tschüss. Schaut einfach mal rein.